Weißt du Weihnachten mit Baum oder ohne Baum? Mit Baum. Mit Baum. Mit Baum. Mit Baum. Bei meinen Eltern da montieren wir einen Baum, ja. Aber du selbst? Ich hab keinen. Ist der echt oder Plastik? Zuhause echt in der Wohnung Plastik. Echt. Echt. Natürlich echt. Echter Baum. Den hol ich selber ab bei meiner Taufpartin. Kerzen oder Lichterkettenbaum? Beides. Lichterketten. Bist du eher Schneemannbauer oder Schneeballschlacht? Schneeballschlacht. 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 Klebkuchen oder Vanillekipferl? Vanillekipferl. 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 Beides. Vanillekipferl. Rodeln oder Eislafen? Rodeln. 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 Brauchst du Frühgeschenk ein oder Last Minute? Eher früh. Oh, ganz spät. Last Minute. Last Minute, eindeutig. Last Minute, das ist das Beste. Jetzt zur Zeit früh, weil wir noch kurz davor in Urlaub fahren. Driving home for Christmas oder all I want for Christmas is you? Driving home for Christmas. All I want for Christmas is you. All I want for Christmas is you. Driving home for Christmas. All I want for Christmas is you. Driving home for Christmas. Kevin allein zu Hause oder Kevin allein in New York? Kevin allein zu Hause. Allein zu Hause. Auch beides. Beides ist unmöglich, dass man da irgendwas anderes sagt. Kevin allein zu Hause. Fondue oder Raclette? Raclette. Fondue. 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 Raclette. Geschenke oder Gutscheine? Geschenke. Geschenke. Eher Gutscheine. Geschenke. Geschenke. Gutscheine. Wertlos. Auf einem Weihnachten. Und zu Weihnachten? Hemd oder Trainingsanzug? Kein Trainingsanzug, aber Hemd muss auch nicht unbedingt sein. Teenagerfestlich. Hemd. 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 Bis zum nächsten Mal.